hey in diesem video zeige ich dir wie du auf deinen eigenen teamspeak einen live banner erstellen kannst wie hier zum beispiel bei xcasa tv.de so als erstes verbindet ihr euch auf euren teamspeak server und ja ich gehe kurz meinen eigenen channel und als erstes geht ihr auf virtuellen server editieren und treibt unter banner gfx eine der folgenden urls ein also erst geht ihr in euren internet browser und geht auf den link in der beschreibung kommt dann von xcasa tv auf der website scrollt ein wenig nach unten hier steht jetzt schon teamspeak live banner hier habt ihr sechs verschiedene banner zur auswahl welche ihr für euren teamspeak frei nutzen könnt natürlich sind diese mit werbung voll aber sie sind einfach gratis zu nutzen und wer keinen fahrer hat kann sie auch natürlich dementsprechend auch nutzen als nächstes sucht ihr euch dann hier ein banner raus den ihr für euren teamspeak verwenden wollt zum beispiel nehme ich jetzt hier einfach mal den hier weil der schön aussieht und kopiert euch die pinke adresse das wäre jetzt wenn ihr zum beispiel den ihr wolltet wer dann public4.bannerbot.de und ich nehme jetzt einfach hier diesen public3bannerbot geht dann wieder zurück in teamspeak fügt unter banner gfx dann die url ein unter url tragt ihr dann zum beispiel euer facebook ein oder eure website unter gfx intervall tragt ihr 60 1 weil der teamspeak dann alle 60 sekunden von der website denn das bild neu lädt wenn wir jetzt so jetzt auf diese website zugreifen sehen wir halt nur hier diesen banner und wenn wir jetzt warten bis 41 so jetzt haben wir 41 laden die seite einmal neu ok das liegt jetzt bei mir gerade es sollte jetzt innerhalb von wenigen sekunden dann automatisch 41 sein wie hier auch steht und ja wenn ihr jetzt dann halt auf ok klickt übernimmt er automatisch schon den live banner und alle 60 sekunden wird dann vom teamspeak aus dieses bild dann halt neu geladen wie ich jetzt hier mit f5 halt das bild selber neu geladen habe und ja wenn ihr wissen wollt wie ihr euren eigenen live banner erstellen könnt zum beispiel wie jeder klein moment wenn ihr wissen wollt wie ihr so ein teamspeak banner machen könnt schreibt in die beschreibung und ich werde dazu dann auch noch mal ein teamspeak bannertutorial machen und ja also ihr das was ich euch hier präsentiert habe das ist sehr gut für leute die keinen faustserver haben so bis dahin haut rein ciao